Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit eurem Doomsday und dem Silent Hill 2 Remake für die PS5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Wir sind letztlich stehen geblieben, als wir immer tiefer in den Abgrund gegangen sind. Wie auch immer man das überlebt, in diese zwei dunklen Löcher zu springen, war sehr riskant. Eddie hat es anscheinend auch geschafft. Und ja, jetzt sind wir in einem Gefängnis, was verdammt Großes. Und wir hatten dieses Rätsel mit dem Lichtschalter und diese versperrten Türen. Und wir haben uns jetzt auf den Hof begeben. Und was uns auf den Hof erwartet, das schauen wir uns jetzt mal an. Let's go. Falls hier überhaupt irgendwas ist. Außer Dunkelheit. Oh, hier läuft was. Oder? Hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt anscheinend. Ach nee, das ist das Laufen auf diesem Schlamm, was man hier hört. Okay. Schweres Gewicht. Hier fehlt was. Wir sind definitiv hier nicht allein. Okay, wir brauchen irgendwas. Ist doch irgendwas. Ach, da haben wir brauchen die Türen auf. Die Schlange ist offen. Ah, ich verstehe. Aber für was man das Licht einschalten kann, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Spiel wurde gespeichert. Okay. Die Schlange war... Die haben wir noch gar nicht gefunden. Hallo? Verstehe ich nicht. Ist das einfach nur, um besser sehen zu können, oder was? Keine Ahnung. Aber die Schlange haben wir echt noch nicht gesehen. Wir haben den Eber, den Ochsen... Ach doch, da unten ist die Schlange. Hier ist die Schlange. Na ja. Ah, die ist wirklich offen. Das ist ja ein Foltergefängnis jetzt. Ah, iiiiih. Ja, wend doch mal weg von mir. zu erinnern an alle wachen ab sofort ist es für alle verpflichtet das überarbeitete erwartungshandbuch der generatoren zu lesen wir alle wissen was das letzte mal passiert ist als seine strom spitze gab obwohl die meisten von uns das am liebsten vergessen würden es wird keinen weiteren vorfall geben da drin rennt er rum die ganze zeit kommen rein lol komm her jetzt hallo ne 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 nochmal falle ich auf sowas nicht drauf ein ok jetzt kam bald werden wir zusammen sein hey du Okay, doch. Die rennen hier aber auch echt überall rum. Dich seh ich. Hey, hier geblieben. Boah, was? Ich hab mich jetzt erwischt. Die Sau. Oh, die eine auf Spider oder was? Du musst auch treffen, James. Da steht auch noch einer. Die Mucke. Du kleines. Ich brauche mal ein bisschen mehr Licht. Oh. Da hab ich die Orientierung verloren. Sind wir jetzt? Hier. Haben die anderen Zellen noch nicht untersucht. Da gehts nicht rein. Alle zu. Da gehts durch die Wand. Irgendwo rennt, krabbelt hier noch so viel rum. Da. Jetzt nicht mehr. Sind alle zu. Na, schauen wir mal, ob wir uns das Gewehr holen können. Da ist nochmal ein Speicherpunkt. Ganz viele Speicherpunkte hier unten. Oh, der Generator. Auf was für einen Wert müssen wir denn kommen? Oh. Sicherheitsanweisung. Energiestufen. Grün. Wartungsstufe zum Testen vor jedem Gebrauch. Gelb optimal. Die Stufe für den sicheren Betrieb. Rotgefühl. Gefahrenstufe nicht einschalten. Kannste Stromspitze. Und Systemüberlastung führen. Sonst sind wir doch schon gut dabei, oder? Können wir es doch so lassen. Bisschen kurz vorrund. Denken wir mal, das ist eine gute Idee. Aber trotzdem alles zu. Ha, blöd. Generator. Oder muss ich es auf rot bringen? Kann natürlich auch sein. Weil mehr kann ich jetzt nicht machen. Naja, tu mich auch. Wir bringen es mal auf rot. Mal sehen, was passiert. Ist rot. Und jetzt? Haben wir noch ein Gewicht. Aber jetzt wird kein Licht mehr, ok? Oh fuck, die sind alle frei. Ja. Das heißt aber auch, alle Zellen sind jetzt offen. Jupp. Alles offen. Ich wusste es. Irgendwo muss sie sich ja eins verstecken. Irgendwo muss sie sich ja eins verstecken. Nein. Oben krabbelt auch Arne. Den habe ich gesehen. Du kleines. James ist langsam echt ein Profi drin geworden. Die Viecher zu killen. Ja ja. Für dich hat man ja wohl gesehen. James du musst ausweichen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall ein zweites Gewicht. Ist schon mal gut. Aber hier kommen wir wieder rüber. Hier hört sich noch was schlimmeren an. Och ne. Hier. Unsere. Unsere. Bekannten. Bekannten. Krankenhaus Damen. Ok. Schrockkugeln sind immer gut. Er wollte noch nicht raus. Jetzt wollte er raus. Na wo steht noch einer an der Ecke. Hier ist jetzt ein Foto. Du. Hey du warst eben auf der Seite. Aber da ist offen. Ja. Jetzt sind wir richtig. Das ist der richtige Weg. Hinrichtungsbericht DR 88. Insas EE 662. Alter 23. Geschlecht männlich. Methode elektrischer Stuhl. Zeugen null. An das medizinische Bezahl bei der Hinrichtung. Gestern Abend stand ein Gefangene vor dem wir dachten er wäre behindert. Einfach auf und ging ohne jede Hilfe auf den Stuhl zu. Seid bitte sorgsam wenn ihr euch die Krankengeschichte der Gefangenen anseht. Das Wachpersonal muss wissen wie leistungsfähig die Gefangenen sind damit es nicht zu Zwischenfällen kommt. Hm. Gewehr Munition. Da ist der Schlüssel. Armory. Jawoll. Hat sich's doch gelohnt hier. Okay. Ich hab's jetzt nur grob überflogen. Wenn ihr mehr wissen wollt macht einfach Pause. Also. Ihr wisst wie es läuft. Alles zu. Ja. Dann. Die Saal zu. Brauchen wir einen Schlüssel. Ah ne. Können auch mal. Wo sind wir jetzt. Ah. Wir haben ja jetzt ein neues Gewicht und wir können jetzt die Waffe holen. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht kenne. gar nicht brauche. Ja. Gewehr. Fünf Schuss. Aber man kann nicht äh. Zoom oder so. Okay. Ah. Ich denke mal die Schufel wird immer noch stärker sein. Wir haben schon neuneinhalb Stunden. Das heißt die Trophäe für unter 10 Stunden die schaffen wir nicht. Puh. Ich glaube die schafft doch keiner beim ersten Mal. Oder gehen wir wieder zum Gewicht. Wo kam er jetzt her? Ach. Strom geht wieder. Ah. Oh Alter. Seid ihr alle wieder gekommen? Ach. Leck mich doch. Sollen sie rumkrabbeln. Wir haben jetzt ein neues Gewicht. Ups. Das wird zu. Ne. Es ist schwer genug. Schlange hat man ja schon. Jetzt hat man Stier. Ist es Stier oder? Ja. Stier war. Oder Ochse. Äh. Da unten. Ah ja. Renn wieder hoch. Du willst nicht? Dann weg mit dir. Geradeaus. Ganz knapp mein Freund. Jetzt krabbeln die auch hier oben rum. Die sind echt ein bisschen lästig. Was lesen. Es ist falsch zu stehen was sie besitzen. Sie sagen sie besitzen. Wenn jemand etwas besitzt darf man es nicht stehen. Aber ich darf nichts besitzen. Darf der Ausseher stehlen? Nein. Er soll nichts besitzen dürfen. Ich werde wieder stehen. Ich werde besitzen. Eck. Das ist keine große Sache. Okay. Echt? Erst 75 erschossen? Mehr nicht? Hätte ich mehr erwartet. Ich brauche noch Gewichte. Ey. Ich krieg Schaden. Hat überall dieses Krabbeln von diesen Viechern. Nee. Hier ist versperrt. Okay. Oh. Hier geht's rein. Noch ein Safe Room. Oh. Schlüssel zu Trakt D. Wo ist denn Trakt D? Trakt D. Trakt D. Trakt D. Trakt D. Trakt D. Ah, da sind wir ja gerade. Ah, sind wir noch näher. Okay. Sonntag. Okay. Wenn hier schon einmal ein Speicherpunkt ist, dann nehmen wir die noch gleich. Haben wir noch Zeit. Mein Gott, überall diese Viecher. Okay. Hier können wir jetzt rein. Weg. Okay, hier sind noch mal ein paar kleine Zellen. Was geht denn mit der Mucke, Alter? Behelfsmesser? Was ist das denn? Oh. Schade, dass du es nicht gefunden hast. Ich dachte, du kannst das Gefängnis besser als ich. Jetzt ist es zu spät. Ich gehe spazieren. Kluger Junge, hier ist deine Belohnung. Ich gehe einen guten Freund besuchen. Wir könnten beide ein Bad gebrauchen. Wir haben noch kein Gewicht gefunden. Kein weiteres. Jemand schleicht nachts durch den Zellentrakt schon wieder. Wer auch immer das war, muss dich daran erinnern, dass wir unsere Posten niemals ohne Genehmigung verlassen dürfen. Wenn ich dich das nächste Mal erwische, melde ich dich beim Aufsehen. Fange mich, wenn du kannst. Geht es hier lang? Okay. Schauen wir gleich. Fangen wir hier schon? Ja. Oder? Wo hast denn du jetzt hingeguckt? Achso. War ja klar. Haben wir jetzt hier alles? Da oben war zu. Ja, wir müssen hier runter. Kommen wir von hier? Ja, das war's. Aber... Gut, ich habe jetzt das Messer bekommen, ja. Aber war das jetzt das Wichtigste hier oben? Ein Meer ist hier nicht. Hier ist dicht. Boah, die Sau. Wollen sie angreifen, oder was? Nein. Ah ja, ihr mich auch. Sagen wir. Oh, vergessen. Oh, hier ist nichts weiter Wichtiges. Die sind alle zu. Daneben. Daneben. Na, dir nochmal runter. Hatten wir irgendwo das Messer gebraucht? ich denke nicht oder können wir das jetzt auch drauf setzen oh der hat zu dürfen auch schlecht war ich hier überhaupt schon ah hier ist auch noch eine Tür ein Adler guck mal wie wir das Messer benutzen können als Gewicht ich glaube aber ja nicht naja es sind noch zwei Gewichte die nee drei Gewichte die fehlen klicken wir noch eine andere Tür auf aaaah dammit ganz knapp naja naja ok oder können wir hier was mit dem Messer machen ne aber wo jetzt hin hier war alles zu hier war alles zu da ist unten der Adler ok flügellose Taube ist das aber wo jetzt hin ok ok so ich habe jetzt keine Gewichte drauf ich habe hier oben da was übersehen ich habe hier oben da was gehört mir aufgehört ich habe hier oben da겠어요 ich habe hier oben da oben da Natalie Vielleicht habe ich doch noch ein Gewicht übersehen. Geh doch noch mal hoch. Das war die Schlange. Da hatten wir ja schon alles. Halt. Hä? Ich mach den mal hin. Nee, das ist zu leicht. Ja, der Ochse führte mich hoch. Hier hin. Nee, halt. Hier hin. Hab ich irgendwas übersehen? Ich hab's in der Wachstube was verpasst. Ich gucke mir nochmal das Messer an. Eine schwache, profisierte Waffe, die besser zum Aufbrechen von Schlössern geeignet ist. Hatten wir ein Schloss? Huh. Oh. Oh. ich glaube die kommt immer wieder kann er sein und da ging ja nicht ne nochmal in der wachstube die war hier das habe ich total vergessen er kommt ich weiß dass er kommt die gitterstäbe die wände sie können ihn nicht aufhalten er wird reinkommen er wird reinkommen ich habe noch zeit ich kann es schaffen ich bin fast durch aber er ist nah ich kann es spüren er kommt um es zu beenden soll er nur kommen jetzt haben wir glaube ich bei den duschen toiletten und duschen eck lass mal die tür aufmachen geht ja gar nicht hatten die gefangenen auch immer nur so ganz kurz zeit für licht hallo jetzt habe ich mir das viel überrascht nicht umgedreht mein gott ist das dunkel hier hier bleibt das licht an oder was wieso bist du tot das war ich nicht ich habe es dir gesagt ich habe es dir gesagt ich habe es dir gesagt wolltest nicht hören er ist hier ok warum bist du tot die steht doch alle auf oder kann man doch keiner weiß machen dass sie tot bleiben das war ich mir Da wird ein Gewicht drin sein und dann stehen sie wahrscheinlich alle auf. Ja, dachte ich mir. Dann steht man halt auf. War so klar. Aber auf euch lasse ich mich gar nicht ein. Boah, wie viele das sind. Lauf! Ihr kleinen, miesen Etwas-Dinger. Seid ihr nur blöd oder was? Könnt mich mal. Hat er noch irgendwas? Nein. Feisch. Haben wir ganz schon viele. Aber Leute, ich würde sagen, an dem Punkt beende ich die Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Mit eurem Doomsday und Silent Hill 2 Remake für die PS5. Und bis dahin, haut rein. Macht's gut. Wir sehen uns.